Termine, Zeitdruck oder wartende Passagiere. Häufig sind dies die Gründe, die einem Piloten dazu verleiten können, einen Flug durchzuführen, welcher eigentlich aufgrund der aktuellen Gegebenheiten nicht hätte stattfinden dürfen. Auch ein Geschäftspfleger auf seinem Weg auf die Ostseeinsel Usedom fiel Ende 2016 in diese Falle. Mit tödlichen Folgen. Anhand des Abschlussberichts der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung möchte ich im folgenden, die sich an diesem Tag geeigneten Geschehnisse visualisieren. 19. Dezember 2016, Flugplatz Stade. Kurz vor 9 Uhr morgens lokaler Zeit. Der Pilot an der Tecnam P2006T steht abflugbereit am Rollhalt der Piste 1-1. An diesem bedeckten Morgen, kurz vor Weihnachten, möchte er noch einen letzten Geschäftstermin auf Usedom wahrnehmen. Sein geplanter Flug führt ihn nach Osten zum ca. 300 Kilometer entfernten Flugplatz Heringsdorf, welcher sich direkt auf der Insel befindet. Mit einer Flugzeit von etwas über einer Stunde sollte er sein Ziel schnell erreichen. Doch das Wetter spielt an diesem Tag nicht mit. Mehrere Male vor dem Flug hat der Pilot bereits die Wetterdaten beim Deutschen Wetterdienst abgerufen und sich zusätzlich eine telefonische Flugwetterberatung eingeholt. Die Gafor-Vorhersagekarte, also die Flugwettervorhersage, gibt jedoch ein eindeutiges Bild ab. Unter diesen Bedingungen ist ein Flug unter Sichtflugregeln unter keinen Umständen durchführbar. Auch der telefonisch kontaktierte Flugwetterberater kommt zum selben Schluss. Aufgrund von dichten Nebel und teilweise auffliegender Bewölkung sei die Strecke nach Sicht kaum zu bewältigen und auch im Laufe des Tages ist eine Besserung der Wetterbedingungen nicht garantiert. Der an diesem Tag vor allem genutzte Luftraum Golf darf bei den derzeit vorherrschenden Wetterbedingungen zudem nicht genutzt werden. Die entsprechenden Wetterminima bei der geplanten Reiseflughöhe von ca. 2000 Fuß liegen bei einer Flugsicht von mindestens 1,5 Kilometern, einer kompletten Wolkenfreiheit und kontinuierlicher Bodensicht. Vorgaben, die an diesem Tag zumindest teilweise nicht zu erfüllen sind. Trotz alledem entscheidet sich der 74-jährige Luftfahrzeugführer, welcher im Gegensatz zu seinem Flugzeug nicht für den Instrumentenflug zugelassen ist, den Flug durchzuführen. Seine Gesamtflugerfahrung beläuft sich auf 1337 Flugstunden, wovon 47 Stunden auf der an diesem Morgen genutzten Teknam geflogen sind. Die Teknam P2006T ist ein zweimotoriger Hochdecker mit Einzifahrwerk. Sie verfügt über zwei Rotax 912-Motoren mit je 100 PS und ist zum Zeitpunkt des Unfallflugs noch nicht einmal ein Jahr alt. Um 9 Uhr lokaler Zeit stattet die Teknam von Stade aus zum geplanten Flug nach Heringsdorf. Bereits kurz nach dem Abflug erbittet der Pilot das Durchfliegen der Kontrollzone über dem Verkehrsflughafen Hamburg-Pfulsbüttel. Nach dem Ausflug aus der Kontrollzone über den Pflichtmeldepunkt Delta geht der Flug auf schnellstem Weg mit Hilfe des Autopiloten in Richtung Osten weiter. Nach rund einer Stunde Flugzeit erreicht der Pilot die Insel Usedom und meldet sich auf der Frequenz von Heringsdorf-Informationen zur Landung an. Zu diesem Zeitpunkt ist die Teknam schon lange in IMC, also Wetterbedingungen, die das Fliegen nach Instrumenten erforderlich machen. Der am Platz sitzende Flugleiter darf in seiner beratenden Funktion zwar Empfehlungen an Piloten vermitteln, für die Durchführung und Entscheidungsfindung ist jedoch jeder Pilot selbst verantwortlich. Doch auch die Empfehlung des Flugleiters, den Anflug auf Heringsdorf nicht weiter fortzusetzen, bleibt ungehört. Laut ihm liegen die Wolken bei Overcast, also vollkommener Bedeckung des Himmels, in ca. 100 Fuß über dem Boden. Doch der Pilot lässt sich in seiner Entscheidung nicht beirren und verkündet, dass die Bedingungen an seiner jetzigen Position noch ausreichend sind und er sich das Wetter am Platz erst einmal selbst anschauen möchte. In den folgenden Minuten sinkt die Teknam auf bis zu 470 Fuß über dem Boden und versucht Sichtkontakt zum Flugplatz herzustellen. Der Flugleiter bietet, nachdem er realisiert, dass der Pilot wohl tatsächlich einen Anflug probieren möchte, an, die Landebahnbefeuerung anzuschalten, um das Entdecken der Piste zu erleichtern. Der Pilot, der P2006T, nimmt dieses Angebot dankbar an und setzt seinen Anflug fort. Er fliegt zunächst südlich des Flugplatzes, bis er schließlich nach Norden dreht und daraufhin an der Anfluggrundlinie der Piste vorbeifliegt. Schließlich beginnt er nördlich des Platzes über einem Waldgebiet zu kreisen. Hierbei leitet die Teknam einen Steigflug auf ca. 1200 Fuß AGL ein, gefolgt von einem sofortigen Sinkflug auf 370 Fuß AGL. Rund zwölf Minuten nach dem Erstkontakt mit dem sich am Platz befindlichen Flugleiter erlischt das Radarsignal der P2006T. Auf ein Rufen des Flugzeugs kommt es zu keiner Antwort mehr. Zeugen am Boden beobachten, wie ein Flugzeug in geringer Höhe, über den sich nördlich vom Platz befindlichen Waldkreise fliegt, noch einmal hochzieht und daraufhin in den Wolken verschwindet. Hierbei reißt die Strömung am Tragflügel ab und die Personen am Boden können nur noch das laute Knallen des Aufschlags hören. Die alarmierte Polizei findet das Luftfahrzeug schließlich zerstört auf dem Boden. Das Wrack ist zu diesem Zeitpunkt noch am Brennen. Nach der Löschung kann der Pilot nur noch tot geborgen werden. Die Gefahr, die das Wetter auf die Durchführung eines Fluges hat, wird gern unterschätzt. Auch wenn das Flugzeug für Instrumentenflug ausgerüstet und zugelassen ist, so bedeutet dies nicht, dass die Nutzung des Autopiloten ausreicht, um in Instrumentenflugwetterbedingungen sicher den Weg an sein Ziel zu finden. Ein Einflug in schlechtes Wetter erfordert zwingend die hierfür notwendige Berechtigung, denn ohne eine solche ist es einem nicht trainierten Piloten nahezu unmöglich, langfristig die Kontrolle über sein Flugzeug zu behalten. Durch die fehlende Referenz zum Horizont kann das Gehirn die Information, die das Gleichgewichtsorgan sendet, nicht verarbeiten und es kommt zu vollkommen falschen Empfindungen der Lage im Raum. Während einer Kurve kommt es zum Beispiel dazu, dass wir diese als ein gerader Ausflug empfinden und während des Ausleitens der Kurve fühlt sich dies wie ein Singflug an. Ein Wahrnehmungsdefekt, der bei falscher Reaktion und Ausbildung häufig in einem Überziehen des Flugzeugs und einem hieraus resultierenden Strömungsabriss endet. Während sich der Orientierungsverlust vor allem auf physiologischer Ebene abspielte, war die Entscheidung trotz des marginalen Wetters, den Flug durchzuführen, eine rein psychologische Entscheidung. Aufgrund der in der Vergangenheit stattgefundenen Flugunfällen hat die Entscheidungsfindung, einen Flug trotz sich verändernder Wetterbedingungen fortzusetzen, in der Luftfahrt den Namen Gapdereitis erhalten. Dieser beschreibt das Festhalten an dem ursprünglichen Plan, um Freunde und Verwandte möglicherweise nicht zu enttäuschen und auch ein Termindruck am Zielflugplatz kann hier zu einer gewissen Leichtfertigkeit führen. Diese endet nicht gerade selten tödlich. Möglicher Termindruck, Fehlbeurteilung des Wetters und der Einflug in die Instrumentenflugwetterbedingungen waren nur einige der Ursachen, die zu diesem tödlichen Unfall so kurz vor dem Weihnachtsfest führten. Aufgrund der geringen Sicht und aufliegenden Bewölkung bis zum Boden und dem hieraus resultierenden Orientierungsverlust kam es zum Strömungsabriss des Flugzeugs und Tod des Piloten. Ein Unfall, der mit Sicherheit hätte verhindert werden können, wenn der Anflug auf den Zielflugplatz für den Piloten nicht in Stein gemeißelt gewesen wäre.